Kenner der Klemm-Baustein-Lyrik werden es genau jetzt erkennen. Das ist kein original Lego-Karton, den ich hier in Händen halte. Den gibt es nicht so im Laden. Das ist eine neutrale Umverpackung von Baudu mit Doppel-U.de. Da kann man nämlich Lego ausleihen. Aktuelle Sets und ältere Sets und je nachdem, wie man will. Einmal im Monat ein Set bis hin zur Flatrate All-You-Can-Lego sozusagen, wo man dann immer, wenn man ein Set fertig hat, dann das zurückschickt und was Neues bekommt. Preislich fängt das bei den kleinen Sets an, so bei 10 Euro im Monat und bis hin zur Flatrate mit den großen Sets bis hin zu knapp 35 Euro im Monat. Und dann erhält man eben diese Sets zugeschickt, wie man hier sieht, dann auch mit entsprechend anderer Verpackung. Aber soll alles auch gereinigt werden? Kann ich bestätigen. Alles war sauber. Auch die Anleitung gibt es. Sogar noch ein Erste-Hilfe-Paket. Wenn denn mal Steine fehlen sollten, dann findet man hier so die gebräuchlichsten, die man für so eine Art Set braucht. In diesem Fall eben ein Technik-Set. Und dann eben auch noch die dazugehörige Anleitung. Leider fehlt der Original-Karton. Deswegen ist es für mich und die Klemmbaustein-Lyrik wahrscheinlich dann doch nicht so gut geeignet, um die Kosten zu minimieren. Macht aber nichts. Ich habe es gerne getestet. Also vielen Dank. Und auch wenn es ein kleines Mal Leur gab. Nämlich diese drei Lego-Steinchen hier, diese kleinen Verbindungsstücke von Technik, die fehlten. Die wurden aber, als ich das monierte, dann sofort am nächsten Tag zugeschickt. Und wenn man das dann alles zusammensteckt, ich hatte ja noch gar nichts von dem Modell erzählt, dann haben wir nämlich das hier, den sogenannten Action Racer erschienen. 2014. 138 Teile das Ganze. Und wie wir erkennen können, eine Art Rennwagen-Formel-1 praktisch. Nur in orange. Knapp 20 Euro kostet das gute Stück. Und wie wir sehen, sind auch natürlich wieder gummierte Reifen dabei. Nicht so groß wie beim Tumbler. Den werde ich ja hoffentlich dann beim nächsten Mal vorstellen. Aber, jo, massiv. Und sie rollen. So soll es natürlich bei einem entsprechenden Modell auch sein. Dann haben wir hier noch, so als Accessoire soll wohl so ein bisschen die Karosserie darstellen, diese Streben, die oben längs laufen. Wir haben ein paar Aufkleber. Da läuft nochmal ein Röhrchen durch. Und wie wir auch erkennen hier, Pullback. Da ist ein Motor drin. Den werden wir uns gleich nochmal angucken. Ein Rückziehmotor. Das heißt, wenn man das Ganze nach hinten zieht, dann schnellt er wieder nach vorne. Und das mit ordentlich Schmackes. Das sehen wir uns nachher auch noch an. Hinten der Heckspoiler. Da kann man sogar noch ein bisschen was verstellen. Die Aufkleber waren übrigens bei baudu.de dann auch schon drauf. Das musste ich also nicht mehr drauf riemeln. War aber dann auch alles komplett. Hier nochmal so ein Rohr und so ein Schlauch eher gesagt. Und hier sehen wir sogar, wie es für einen Rennwagen sich gehört. Zumindest die älteren. Oben dann noch so diese kleinere Verstrebung. Da ist dieser Motorblock. Der war in einem Stück. Der ist eben zum Rückziehen. Wir haben dann hier noch einen Sitz, wo wir uns rein... Naja, also wo wir theoretisch eine Minifigur reinsetzen können. Die dann allerdings zu klein werden. Naja, also irgendwas reinsetzen können. Und wir haben ein Lenkrad ohne Funktion. Aber es sieht immerhin schick aus. Und hier nochmal diese Verstrebungen. Bauzeit war so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ja, es sind ja viele kleinere Teile von Lego Technik. Also da kann man schon ein bisschen rumfriemeln. Und ich hatte auch noch einen Fehler gemacht. Deswegen konnte ich dann ein bisschen was wieder auseinandernehmen. Umso größer war die Freude, wenn es dann fertig war. Und hier erkennen wir dann, wie der Motor funktioniert. Nach hinten ziehen, loslassen und die Räder geben Stoff. Und zwar ordentlich. Also das sehen wir gleich nochmal. Vielleicht, wenn wir uns das genauer angucken, dass da tatsächlich ordentlich ein Saft hinter ist. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Und wie wir gleich auch noch hören werden, eine Flasche hat es auch noch runtergeholt bei mir vom Tisch. Na, sehen wir schon, wenn ich jetzt loslasse. Zack, schön. Kann man jetzt nicht sehen. Geht hinten rüber. Ist ja Lego. Geht ja nichts wirklich kaputt. So, können wir nochmal auf den Fußboden machen. Da fährt er hin. Auf dem entsprechenden Teppich dauert das dann doch ein bisschen länger, bis er richtig Fahrt aufnimmt. Aber wir können ja theoretisch auch noch länger zurückziehen. Rückziehen. Ja, schüßte. Also, da fährt er durchaus. Kennte man gerade als Jugendlicher durchaus auch seinen Spaß haben. Naja, für die Vatrine ist das dann natürlich völlig egal. Da sehen wir nochmal. Zack. Und schön gegen die Kamera. War mir ja nichts zu schade für, um solche Stunt-Aufnahmen dann entsprechend aufzunehmen. Und da hörte man jetzt gerade eben die Flasche poltern. Naja, ist zum Glück nicht kaputt gegangen. War eine feste Flasche. Hier mal im Vergleich. Ich finde ja immer noch eins der schönsten Modelle, die eigentlich kaum sonst mal so in den Foren besprechen, wochen werden. Der Formel 1 bzw. Grand Prix Racer von Lego, den ich eigentlich in einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Der natürlich deutlich größer ist und natürlich viel, viel mehr an Kleinigkeiten auch drin hat. Da fährt der Große ja fast rüber, ohne dass er es merkt. Was natürlich auch daran liegt, dass der Große nämlich sogar eine entsprechende Federaufhängung zumindest simuliert hat. Vorn und hinten. Das heißt, den können man also durchaus mit ein bisschen Spaß dann auch runterdrücken. Und der schafft auch noch ein bisschen was an Hindernissen. Da sehen wir es nämlich. Auch hinten können wir dann das entsprechend erreichen. Da ist natürlich alles größer, schöner, schneller. Aber gut, dafür kostet der Große dann ja natürlich auch ein deutlich mehr Geld. Dafür funktioniert auch das Lenkrad. Wenn wir da drehen, dann bewegen sich auch tatsächlich die Räder. Aber hier sehen wir den Unterschied. Wenn wir beide zurückziehen, der Grand Prix Racer, der Große, da passiert mal gar nichts. Und unser Action Racer, wir lassen beide los, der fährt. Im echten Rennalltag ist das natürlich durchaus entscheidend an der Startlinie. Nun gut, dann waren noch ein paar Teile dazu in der Packung, wo ich erstmal keine Ahnung hatte, was soll das denn? Wofür haben wir denn zum Beispiel noch diese Schnecke da, dieses Gewundene? Aber die Lösung kam dann mit dem Anleitungsheft. Man muss es eben doch zu Ende lesen. Am Anfang eben die normale Anleitung. Man erkennt es hier, nichts wirklich Spektakuläres, so wie man es eben von Lego Technik kennt. Aber am Ende kam die Auflösung. Man kann nämlich dieses schöne Gerät auch noch mit dem Action-Wüsten-Buggy kombinieren und sich dann einen Rant-Truck zusammenbauen, aus beiden Modellen zusammen. Und da sehen wir dann auch diese Schnecke da oben wieder. Und die ist dann da drin. Nicht wirklich schön, das Modell, aber es hat dann die Kraft, nicht der zwei Öltanks, aber doch immerhin der zwei Motoren. Nämlich beide sind dann in diesem Komplett-Truck dann entsprechend vereint. Ganz witzig übrigens auch, wie Lego das Modell hier selber beschreibt. Also nicht dies hier, sondern unseren Action-Racer. Das ist nämlich versehen mit supercoolen Karosserie-Konturen, die wir da also links gerade sehen. Nur, falls man nicht mehr wusste, was das genau ist. und unverwechselbare Optik in Schwarz und Orange. Ja, kann man nicht bestreiten. Wirklich ein schönes Set. Ja, ich stehe ja immer noch auf den Größeren, aber wenn man klein anfangen will, ist das schon das Richtige. Blöd, dass ich es nun eben wieder zurückstecken kann. Das ist eben die Krux, wenn man es nur leiht. Aber, nun ja, wir haben ja alle unsere Probleme. Bis zum nächsten Mal und dann gleich mit dem Tumblr. Sagt alles Gute, euer und ihr, Kautius. Und tschüss. Musik 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 Musik